hallo leute ja wir sind in Rimworld wir haben letztes mal das problem gehabt hier mit dem essen keine ahnung weil ich das will und hier rechts klicke dann konsumier reis für gedanken verreserviert keine ahnung wo ich das einstellen kann habe ich nicht herausgefunden bisher ist aber nicht schlimm weil wir haben ja noch genug reis und der ist ja auch noch hier liegend und bishop macht ihr holt den auch gerade glaube nur die frage der ist frei den kann nehmen keine ahnung wenn er im lager hier ist oder was ich habe keinen blassen schimmer ist nicht schlimm schauts logo auf dem großbildschirm und gucken weiter so auf jeden fall was wir machen müssen letztes hatte ich dieses hier angeklickt und das macht irgendwie keinen sinn dass er das impulsgewehr was das war weil ich mit impulsgewehr nicht nutzt weil das war meiner sache wichtiger dass er das hat wie die andere geschichte mit dem klar stahl oder wo geht er jetzt hin ok macht das schon passend erstmal was essen wir müssen tisch und stühle haben wir da vielleicht vorankommen reinigung schlafraum glaube wir müssen mal gucken kann er noch weg kommen obwohl ich was macht er jetzt hier begräumen ja weg trage das mal weg was haben wir hier für ein lager lagerzone 3 rohstoffe das ist ein holz lager ok das ist wahrscheinlich ein stein lager oder da sieht es aber aus dass wir das als er macht jetzt hier wieder essen erntet das das ist auch so weit gut das meerschweinchen hier liegt noch silber kann das auch wegtragen ja mach das mal priorisier das mal da fehlt holz ok das heißt priorisieren wir dann bitteschön das holz fällen hier wenn wir mit dem holz weiter kommen oh kein feuer mehr da oh kein feuer mehr da ist dann die frage wo ne das ist silber nicht überdacht das heißt wir müssten eigentlich ein lager drinnen haben gold gold zerfällt nicht silber zerfällt nicht stahl zerfällt nicht die überlebensration zerfällt auf jeden fall mal die ins lager dann und die auch ins lager glitzer weltmedizin bauteile zerfallen auch draußen ok dann sollten wir vielleicht doch mehr lagerraum machen ok wissen wir bescheid noch schneller laufen lassen bis er aufgestanden ist ne er nimmt jetzt holz aber warte mal das ist ja unser kühlraum ne warm ist es da drinnen 8 grad das passt das heißt wir haben das hier wohl richtig eingestellt und hier brandstoff 4,6 für 5 stunden ist der brandstoff dran ok dann wird jetzt hier weiter gebaut dann hat man eine tür auch noch irgendwo hin auf ich da ist er auf mal noch holz nehmen kein holz mehr was geht er denn jetzt machen erntet reispflanzen ne das will ich gar nicht priorisiere mal die ernte bitte macht das mal schneller macht er vorher ich glaube schon oder setze ich ans lager vorher wenn es an ist bitte machen wir machen wir die wand fertig ok das dach macht er auch automatisch das ist immer sehr schön gut und dann würde ich sagen gehen wir mal hier unten noch gehen wir mal noch hier rein den da weglassen den da weglassen den da weglassen machen wir es so ist egal machen wir es anders mach das so da ist ein raum da ist ein raum hier kommen wir hier schon mal im raum hin der etwas größer wird riecht das noch mal ab hier so machen wir das erstmal oder hier kommt nachher auch noch ein raum drunter mal hin wir kommen hier mal hin mal hin so oder und dann Holzmäher dran. Nicht immer weglaufen. Was macht er jetzt? Nein, wir wollen keine Reispflanzen ernten. Wir wollen keine Reispflanzen ernten. Wir wollen keine Reispflanzen ernten. Wir wollen erstmal essen, ok. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was war das mit dem Priorisieren? App-Bauer. So, jetzt haben wir das geändert. Das Bischof geht zum Schlafen. Okay, das passt schon. Er muss jetzt gleich erstmal priorisieren, dass er ... Essen ist immer höchste Priorität wohl. Ich schläft wieder. Tierpflege, Kochen, Tierpflege ist wichtig, Kochen ist wichtig. Bauen, Feldarbeit, Spielen, Schneidern, Handwerpen. Jetzt ist das Reis schon im Lager zerfallen. Deswegen bauen wir ja gerade aus. Ein Junge ist 4. Erforschnell ist jetzt nicht 4, aber aktuell halt. Ja, er macht das schon mal schön. Das Lager mache ich glaube da hin, oder? Was ist der erstmal? Dann arbeitet er weiter. Gut. Obwohl ich jetzt eigentlich ... Na, jetzt mach's so, ist egal. Jetzt gehst du bestimmt schlafen. Na, genau. Vollgas haben wir schon, passt auch. Gut, ich sag mal, wir gucken zu, dass das hier weiter ausgehöhlt wird. Das braucht ja nicht bei sein. Machen wir eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, riecht damit, wer ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank.